Moin liebe Frugalisten und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Im heutigen Video soll es einmal um das aktuelle Thema gehen, die Schere zwischen Arm und Reich. Die Reichen werden immer reicher, die Armen immer ärmer und es ist definitiv nicht zu verleugnen, dass viel zu viele Menschen weltweit von einer unerbittlichen Armut betroffen sind. Sie haben kein Trinkwasser, sie haben keine Nahrung und generell leben sie unter widrigsten Umständen. Auch in Deutschland ist es so, dass die Reichen immer reicher werden, die Armen immer ärmer, auch hier klafft diese Lücke immer weiter auseinander. Und wenn man politischen Diskussionen folgt, dann ist die Erklärung oft dafür, dass die Reichen eben Glück haben oder dass das System einfach nicht gerecht ist. Das ist für mich persönlich allerdings eine zu leichte Erklärung. Ich denke, da steckt viel mehr dahinter und wir können gerade von dem Mindset dieser reichen Leute extrem viel lernen und so möglicherweise sogar selber in diese Situation kommen. Ich habe mich genau damit in diesem Video einmal auseinandergesetzt und ich bin gespannt, was du dazu sagst. Für alle, die neu auf diesem Kanal sind, ich heiße Sebastian von Frugal zum Glück und auf diesem Kanal und auch auf meinem Blog beschäftige ich mich mit den Themen Frugalismus, finanzielle Bildung und allgemein meinen Weg zur finanziellen Freiheit. Wenn dir dieses Video gefallen sollte, drücke gerne auf Gefällt mir, folge meinem Kanal und drücke auf die Glocke, damit du keine wichtigen Neuigkeiten mehr verpasst. Bevor ich jetzt mit dem Video anfange, noch ein kleines Disclaimer vorab. Mit dem, was ich gleich sage, möchte ich auf keinen Fall irgendwelchen Menschen zu nahe treten. Gerade in Deutschland ist es so, dass wirklich sehr, sehr viele Menschen unterhalb der Armutsgrenze leben und oftmals ist das durch sehr ungünstige Schicksalsschläge oder andere Ereignisse zu erklären, die es beispielsweise den Menschen einfach nicht mehr möglich machen, arbeiten zu gehen. Fühlt euch bitte deswegen nicht irgendwie gleich negativ angesprochen, sondern verzeiht mir, wenn das vielleicht so rüberkommen sollte. Ich versuche in diesem Video lediglich objektiv zu ergründen, wie und woran das liegen könnte, dass die Reichen immer reicher werden und was wir dem Mindset dieser Menschen abgewohnen können. Wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Diejenigen, die mir bei Instagram folgen, wissen, dass ich in den letzten Wochen das Buch »Die Gesetze der Gewinner« von Bodo Schäfer gelesen habe und genau dieses Buch hat mich auch dazu inspiriert. In einem Kapitel erzählt Bodo Schäfer von einer Geschichte einer Gans und eines Farmers. Und zwar geht es in der Geschichte darum, dass ein Farmer jeden Morgen zu seiner Gans geht und eben schaut, ob die Gans wieder Eier gelegt hat und eines Morgens ist es dann eben so, dass die Gans ein goldenes Ei gelegt hat. Der Farmer läuft daraufhin direkt zum Goldschmied und erkundigt sich, ob das Ei auch wirklich aus echtem Gold besteht und das bejaht der Goldschmied. Der Farmer ist völlig außer sich vor Freude, verhökert das Ei direkt, schmeißt am Abend ein Fest mit seiner Familie und am nächsten Tag rennt er direkt wieder zum Stall und schaut nach, ob schon wieder ein goldenes Ei drin liegt. Und tatsächlich, es liegt wieder eins drin, der Farmer verkauft auch dieses Ei wieder und am nächsten Tag soll es so weitergehen. Irgendwann wird dem Farmer das allerdings verlässig, er möchte noch schneller an Reichtum gelangen. Deswegen entschließt er sich, die Gans zu schlachten und alle Eier gleichzeitig aus ihrem Bauch zu nehmen. Als er die Gans allerdings geschlachtet hat, sieht er, dass die Gans eigentlich im Bauch nur ein kleines, goldenes, verkümmertes Ei trägt. Die Moral von der Geschichte, schlachte niemals deine goldene Gans. Das tun allerdings leider ganz viele Menschen in Deutschland. Sie schlachten alle ihre Gänse, beziehungsweise mit anderen Worten, sie verprassen ihr ganzes Geld. Wenn man allerdings keine Gänse mehr hat, dann kann man auch nichts mehr ernten, beziehungsweise eben keine Eier mehr sammeln. Und so ist es auch mit dem Geld. Wenn man alles verkonsumiert und sogar noch Schulden aufbaut, hat man kein Geld mehr, das man für sich arbeiten lassen kann und kann somit auch keine Erträge beziehungsweise Zinsen sammeln. Im Umkehrschluss allerdings, wenn du nicht dein ganzes Geld verkonsumierst, beziehungsweise deine Gänse einfach behältst und nicht schlachtest, hast du nach einigen Jahren ein extrem großes Reichtum, weil du einfach sowohl die Gänse als auch das Geld für dich hast arbeiten lassen können. Und das ist der entscheidende Punkt. Man muss einfach hier schon mit dem Mindset anfangen. Du darfst nicht dein ganzes Geld verkonsumieren, sondern du musst auch anfangen zu sparen. Und das ist der Riesenknackpunkt in unserer Gesellschaft. Wenn man sich auch mal Statistiken anguckt, wie viel wir Deutschen letztendlich sparen, dann fällt auf, dass wir im Grunde alle unsere ganzen Gänse schlachten. Der zweite Punkt ist sicherlich finanzielle Bildung beziehungsweise ein vernünftiges Verständnis vom Geld. Denn nur wer finanziell gebildet ist, der wird auch langfristig verstehen, warum Reiche immer reicher werden. Das fällt denen ja nicht zu, sondern in der Regel sind reiche Leute, Unternehmer oder was auch immer, die ein Produkt oder eine Innovation schaffen, die der Menschheit weiterhilft. Denn nur wenn möglichst viele Menschen dieses Produkt kaufen, scheint es der Menschheit was zu bringen. Vielen Menschen wird dadurch geholfen und dann steht dem Unternehmer ja selbstverständlich auch seinen Lohn beziehungsweise sein Geld zu. Ein weiterer Punkt, der noch zum Thema finanzielle Bildung passt, ist, dass die Reichen langfristig gesehen ja auch einfach weniger Geld ausgeben, als sie einnehmen. Denn sonst könnten sie langfristig kein Vermögen anhäufen. Und ich denke, gerade diese Tatsache ist für ärmere Leute der Schlüssel, denn auch sie müssen einfach lernen, weniger zu konsumieren und mehr Geld auf Seite zu legen. Aber nicht nur finanzielle Bildung, sondern auch normale Bildung trägt dazu bei, dass reiche Menschen immer reicher werden beziehungsweise, dass sie ihr Mindset einfach verändern. Hier muss man allerdings aufpassen, denn bei der normalen Bildung ist es definitiv so, dass das nicht allen Menschen gleich zur Verfügung steht, sondern auch gerade in Deutschland haben wir ja große Unterschiede zwischen der Bildungschance der Kinder. Das liegt einfach schon daran, dass Bildung mittlerweile ein marktfähiges Gut geworden ist. Das bedeutet, dass reiche Menschen mit mehr Geld auch mehr Möglichkeiten haben im Thema Bildung, angefangen von Nachhilfe über Privatschulen etc. Deswegen muss man vorsichtig sein, hier nicht irgendwelche unfairen und vorschnellen Schlüsse zu ziehen. Allerdings nehme ich hier gerne das Beispiel von Bill Gates, der jährlich mehr als 50 Bücher liest, um sich selber weiterzuentwickeln. Und das sehe ich zum Beispiel auch genauso, denn nur wer neben seiner Arbeit, neben der Schule oder vor der Schule und vor der Arbeit sich noch versucht weiterzubilden, der wird natürlich auch langfristig mehr Erfolge haben. Wer allerdings hingegen immer die Ausrede hat, dass er keine Zeit hat, stattdessen dann aber zum Beispiel viele Serien etc. schaut, der kann das natürlich alles machen, das ist ja gar kein Vorwurf, aber da wird sich dann natürlich langfristig auch kein größerer Erfolg einstellen. Ich habe es auch lange Zeit so gemacht, dass ich mich eben nur auf mein Studium spezialisiert habe und fokussiert habe und mir keine weiteren Perspektiven geschaffen habe. Ich habe dann allerdings irgendwann gemerkt, dass ich mich in eine Einbahnstraße begebe und das war ja auch letztendlich das, was mich zu diesem ganzen Thema geführt hat, weil ich einfach wahnsinnig Panik bekommen habe, was ist, wenn dieser eine Weg nicht klappt, dann habe ich im Grunde keine Alternativen mehr. Und dann habe ich auch angefangen, mich neben der Uni, beziehungsweise vor der Uni, vor meinem Nebenjob hinzusetzen und Bücher zu lesen, mich finanziell weiterzubilden oder generell weiterzubilden und merke einfach, dass mir das im Moment viel, viel mehr Perspektiven eröffnet und mich langfristig so gesehen auch einfach nicht nur glücklicher macht, sondern vor allem auch meine Chancen steigern lässt. Der nächste Aspekt sind auf jeden Fall Statussymbole. Gerade hier kann man feststellen, dass etwas schlechter Begüterte viel Wert auf zum Beispiel ein geliestes Fahrzeug legen, also ein schönes Fahrzeug oder prunkvollere Kleidung, Markenklamotten. Und das kann ich zum Beispiel auch nicht nachvollziehen, weil hier wird ja scheinbar irgendwas versucht zu kompensieren oder irgendein Eindruck soll erweckt werden, der im Grunde von der Wirklichkeit ablenkt. Ich würde mir zum Beispiel jetzt niemals irgendwelche teuren Markenklamotten holen und ich gebe mich da jetzt auch mit H&M-Klamotten etc. zufrieden, weil das halt einfach nochmal ein riesengroßer Sparhebel ist. Ich finde, an der Stelle passt das Zitat vom Film Fight Club mega gut, das sagt, von dem Geld, was wir nicht haben, kaufen wir Dinge, die wir nicht brauchen, um Leuten zu imponieren, die wir nicht mögen. Und ich finde, das trifft es eigentlich so gut, weil das einfach aussagt, dass wir im Grunde unser ganzes mühsam erarbeitetes Geld nehmen, um uns etwas zu kaufen, was uns jetzt in sich eigentlich nicht wirklich glücklicher macht, womit wir aber nach außen hin versuchen, irgendwas darzustellen, was wir eigentlich nicht sind. Und ich finde, sobald man dieses Mindset eigentlich abgelegt hat, dass man der Außenwelt irgendwas beweisen muss, ist das auch schon mal ein riesengroßer Schritt, denn das spart mega viel Geld und auch das, finde ich, ist nochmal ein großer Schritt in Richtung eines anderen Mindsets. Der nächste Punkt ist für mich super essentiell und zwar allgemein anderen etwas gönnen können. Das heißt, Neid und Missgunst beziehungsweise allgemein Negativität abzustellen. Ich finde, man kann sehr oft beobachten, gerade in Deutschland, dass wir sehr missgünstig beziehungsweise neidvoll agieren. Das heißt, wir sprechen anderen Menschen im Grunde ihre Erfolge ab, gerade wenn sich diese anderen Menschen in einer besseren Situation befinden. Viel einfacher wäre es meiner Meinung nach und auch vor allem viel effizienter, wenn wir uns einfach abschauen, wie diese Menschen es dazu gebracht haben, zum Beispiel reicher oder erfolgreicher zu sein und versuchen, das anzunehmen, den Menschen an sich müssen wir ja nicht gleich mögen. Wir können ihn ja immer noch hassen oder nicht mögen oder was auch immer. Aber trotzdem hat er scheinbar irgendwas gemacht, was zum Erfolg führt. Und auch das, finde ich, ist ein Riesenschritt. Das heißt, in Zukunft einfach das Glas halb voll zu sehen statt halb leer, anderen etwas zu gönnen und ich glaube, dann stellt sich der Erfolg auch schon von alleine ein, wenn man beispielsweise auch zu Menschen geht, die erfolgreich sind und einfach mal fragen, wie habt ihr das geschafft oder könnt ihr irgendwelche Tipps geben? Der letzte Aspekt, der für mich noch wahnsinnig wichtig ist und auch einen entscheidenden Anteil daran hat, ob man jetzt arm oder reich ist beziehungsweise eben erfolgreich oder nicht erfolgreich, ist für mich, wie viel man bereit ist zu geben. Wenn man natürlich sagt, vor der Arbeit oder nach der Arbeit habe ich keine Zeit und wann soll ich das denn überhaupt sonst machen, das habe ich vorhin ja schon leicht angeschnitten, der wird meiner Meinung nach auch eh niemals reich oder erfolgreich werden können. Für mich geht es darum, dass man immer 150 Prozent gibt, natürlich nur im Rahmen des Möglichen, aber dass man immer wieder versucht, über sich hinaus zu wachsen und dass man sich eben auch von irgendwelchen Schicksalsschlägen beziehungsweise schlechten Zeiten nicht herunterziehen lässt. Beispielsweise ist es für mich auch das Paradebeispiel Bill Gates oder zum Beispiel den Elon Musk, die einfach immer wieder versuchen, über sich hinaus zu wachsen und immer wieder sich weiterbilden oder noch neben der Arbeit, sei es dann die 14. oder 15. Arbeitsstunde des Tages, noch versuchen, irgendwas zu leisten oder irgendwas zu schaffen. Ich hoffe, das Video ist nicht falsch rübergekommen beziehungsweise die Thematik, die ich ansprechen wollte. Ich selber bin auch immer ein Befürworter davon, anderen Menschen zu helfen und vor allem auch nicht alle Menschen über einen Kamm zu scheren. Das habe ich ja eingangs schon mal erwähnt, dass ich es ganz wichtig finde, eben auch nicht alle armen Menschen über einen Kamm zu scheren, denn wie gesagt, oft können diese Menschen gar nichts dafür und sind auch auf Hilfe angewiesen, gerade auf unsere Hilfe. Dennoch zeichnet sich bei einigen Menschen einfach ein unterschiedliches Mindset ab zu erfolgreichen Menschen und ich bin der Meinung, dass wir diesem Mindset viel abgewinnen können beziehungsweise jeder diesem Mindset viel abgewinnen kann und wir durch so eine Veränderung unseres Mindsets auch nochmal über uns hinaus wachsen können. Ich hoffe, du siehst das genauso. Wenn du irgendwelche Anmerkungen hast, schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich da immer über eure Meinung beziehungsweise auch über euer Feedback. Ansonsten, wenn dir das Video gefallen hat, drücke gerne wieder auf den Gefällt mir Knopf, abonniere diesen Kanal, drücke auf die Glocke und ich würde sagen, dann sehen wir uns spätestens im nächsten Video wieder. Bis dann.